Liebe Tennis-Net-User, wir haben jetzt einen der erfolgreichsten Coaches zurzeit auf der ETB-Tour vor uns, den Coach von Ernest Kulbis und auch von Dominik natürlich, Günter Bresnik in Österreich und in Deutschland sicher den meisten Tennis-Fans bekannt, hat heute ein Anliegen, was wir gerne verbreiten dürfen. Du suchst einen Trainer für deine zurzeit übervolle Akademie. Sagen wir uns einmal, was du genau suchst, welche Anforderungen muss der Trainer erfüllen? Ich hätte gerne so relativ gut Tennis spielen, dass er schon eine Zeit lang als Trainer arbeitet, dass er privat in einer Form gebunden ist oder ungebunden ist, dass er die Reisetätigkeit auch in Anspruch machen könnte, die notwendig ist. Mir ist wichtig, dass er im Standort von 8.00 Uhr bis 8.00 Uhr am Abend durchgehend zu arbeiten. Zahlen tue ich nicht viel, aber ich glaube, es ist eine tolle Ausbildung für jeden, der das macht. Und gäbe es hier irgendwelche jungen Burschen, die daran interessiert sind, würde ich mich sehr gerne freuen, wenn sie sich bei mir melden. Danke vielmals. Gerne.